Warte, aber wie sollst du noch was zum Vorspielen? Ah ja, stimmt, ich hab noch was zum Vorspielen. Das kann ich auch machen. Das ist aber schön. Das ist der besondere Fingertrainer. Das kann ich auch, ja. Wenn die Finger mal wieder zu schlaff sind. Mhm, kann ich auch, guck mal. Kennen sie das auch? Sind ihre Finger auch öfters zu schlaff? Keine Sorge, mit der Spritzi ist wieder alles richtig... Spritzig, äh, okay. Wenn schnell eskaliert. Ich sollte, glaube ich, keine Werbeslogan machen oder so. Wartest du Lagun? Lagun bekommt Albträume. Ja. Was? Danke. Was? Guck mal, dann wird sie sogar direkt bedankt. Guck mal! Hier sind Steine! Nee. Was? Warte, ich guck mal, stimmt, da ist auch die neue Handfolge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei sind da noch Ragun und Moon und ihr Chat. Hallo! Hallo! Und der Fingertrainer. Der Fingertrainer. Damit die Hände nicht mehr zu schlaff sind. Mhm. Ich kann nix sehen, das alles nehmlich. Gibt sie das auch? Bleiben sie auch unter schlaffe Hände? Nein. Das muss nicht mehr sein. Das muss nicht mehr sein. Ich lege halt da nicht runter, was ist los? Wir nutzen sie jetzt die spritzige Giftspritze. Ja. Und sonst wo ich? Läuft, ne? Oh, läuft, ne? Das ist gut. Ich hab grad voll was Schönes gesagt. Giftspritze, ja. Das ist ein echt schönes Wort. Wirklich. Also. Ja, weil die spritzige Spritzspritze. Ne. Ja, doch. Das war echt. Oder findest du eine Spritze nicht spritzig? Ich nehm mal ja hier. Ah! 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 Von Stachel. McFrey oder so. Wo gehen wir jetzt hin? Oh. Weit weg. Hier. Nein. Nein, verfolgt im Nebel. Mein Buch. So. Was? Oh, ich hab keine große Heilspritze dabei. Ja. Du hast keine dabei? Ich hab die vergessen. Das hört sich aber nicht gut an. Ah! Das auch nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Du bist ja bei uns, oder? Ja. Geil. Ich kann dir nichts mitnehmen. Auch keiner was? Nö. Dann. Du, 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 du. Ich nehm irgendwas mit, weil ich nichts brauch. Zombies verschwunden. Aufgelöst. Aufgelöst. Wir sind denn hier... Hm? Die Hinweise. Wie soll der hier am Arsch da wählen? Ich sag ja, wir müssen eigentlich das laufen. Ach ne, aber woher die denn? Oh, die Fischerei. Hey. Ich hab schon viele Eif, ey. Ach, wir sind hier noch im grauen Gebiet und ich denke die ganze Zeit zurück. Ach, du gewinnst mich, ey. Wie sieht das hier ganz immer so aus? Hey, ich kann zuhauen, ne? Was? 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 Ich mach ja gar nichts. hat jemand fährt ja wenn sie das auch nein lassen wir das so gemein bin ich von den besten personen gelernt kennen sie das auch das gelb das wäre auch komisch wenn man es müsste ich das park so cool aufzeiten also doppel ginge Wenn du eine Quartermafel hattest, könntest du das? Ja früher. Hier läuft irgendwie ein Mord, den ich höre, aber ich weiß nicht, ob der rennt. Verbinde ihm das. Komm, wir gehen so rüber, ey, war so komische Viecher. Los, ist noch gar nicht da. Ich bin noch gar nicht im Wasser, hallo, ich stehe auf dem Boot. Oh, ich kriege keinen im Wasser, no. Kackenvieh. Meine Füße frei, ich komme hier ab. Äh. Ja? Sind Draben weggeflogen? Bin ich, ich weiß nicht. Hier oben im Bad bei uns. Echt? Mhm. In so kleinen Säckchen drin. Punkte, Punkte, Punkte. Bude. Das ist nicht, irgendwo da drin ist ein kleines Säckchen. Yay. Oh. Hm. Das ist nicht, irgendwo da drin ist ein kleines Säckchen. Äh, das ist eine Darstellung. Echt? Mhm. Oh Mann. Vor meinen Füßen. Das ist einfach passiert. Sind wir Kingsnake mein oder Daryl? Ja. Ich will sein Kingsnake ist näher. Ja. Wo läuft der die unten Lämpchen? Wer hat Idioten Momente? Ja. Ich weiß auch nicht. Das ist... Halt doch Wende. Wer hat Idioten Momente? Ich hab gesagt, warum läufst du da unten Lämpchen? Ach so. Wer hat Idioten Momente? Das hört sich ja nicht mal den Ansatz zu an. Das ist ja... Warum nicht da unten Lämpchen? Was? Wer fährt beim Auto? Was? Wo? Hat keiner vom Auto gesagt? Wo? Wo? Nein. Ich weiß auch. Ich weiß auch. Oh. Ich weiß es nicht. Oh Gott, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Was hab ich denn ehrlich gesagt? Ja. Boah, die Schnitzel? Thomas? Jo. Waren. Ich weiß es nicht. Wie geht das? Idioten Momente. Ich hab wirklich Idioten Momente. Dann höre ich das Lämpchen. Idioten Momente. Ach so. Oh Gott, Hilfe. Ey, ey, ey. Was weiß ich was vom Ohren erzählen? Oder vielleicht musst du einfach deutlicher sprechen. Ja gut, verstehe ich mich doch. Ja. Ja, richtig. Sehe ich aus wie Ragun? Ja, siehst du. Sehe ich mich an wie Ragun? Ja, siehst du. Dann würdest du mich auch verstehen. Ey. Ja, genau. Hast du verstanden? Ja, irgendwie. Okay. Okay, so. Guck mal hin. Ah, wilde Geschichten. Wilde Geschichten. Kennen sie das auch? Aus dem Paulaner Garten. Mhm. Die auch. Oh Gott, mein Finger. Oh, was? 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 Was ist du damit? Das ist doch von denen. Das stimmt. Ach man, nicht dass die Luft alles reicht. Wurde geschmossen. Schmeiße. Hilfe, hier ist Kohle. Hilfe, hier ist Kohle. Ich schmieße. Scheiße, hier ist Kohle. Sitze eines Millionärs. Wir schmischen schmechen. 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 Das erinnert mich gerade an irgendwie so ein bestimmtes Geek mit so einem Kontra was irgendwie. Schmechen. 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 Okay, ich geh da nicht rein, hat Anna ne Chance denn da. Okay, es wird geschossen. Ich hab einfach die Hai weggemacht. Er hätte sagen können, da oben ist eine Hai, dann hätt ich die auch abflippeln. Nein, da wär's so einfach. Da oben war keiner Haie. Nein. Da wurde geschossen. Ich seh nix. Der hat aber auch seinen Namen ausgewählt, der mir einfach seinen Kopf heftig auf der Kastaturgeknallt ist oder so. Ja, das sind die geilsten Namen. Hm? Dagegen geht's Fenster auf. Nicht ein Fenster. Und ey, was ist das Metall? Wer steht denn jetzt hier bei mir? Ich guck schon hinterher drauf, weißt du? Das ist nicht Ragun. Ragun würde mir nicht so heftig im Rücken stehen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Echt? Nein, sowas würde ich niemals... Nee, genau, Ragun. Au. Heißt ja, 300 oben am Fenster. 300 am Fenster, mittleres Fenster. Scheiß, hat sie so viel bewegt. Ach so, das war doch Ragun. Das war nicht Ragun, die bewegt. Der macht halt nichts. Alarm. 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 Hier ist ne Tür auf. What? Ich geh mich halt hier mit dem Dings nicht genau. Oh, das war für sich, wo die überlangen können. Nenne ich den Hinweis oder verbissen sie gerade? Ja, nee, ne? Marcel. Was? Mein Gott, ich stand da gerade noch. Ich bin ja hinten am Snipern. Was ist denn mit mir immer? Ach so. Ach so, den hab ich ins Fenster reingeworfen. Hat mir nichts. Ich weiß es nicht. Ich bin auch hinten am Snipern nur. Nein. Ich bedränge Leute. Ich hab keinen Klack gegen den Hintern. Ja. Wir werfen heute das nicht. Ja. Wir könnten hier... Ach nee. Hier kann man gar nicht unten drunter laufen. Nee. Oh Mann. Ja, richtig. Junge. Was sind die denn, ey? Was wir auf der rechten Seite. Weiß nicht, wo man da vernünftig rausgucken kann. Oh, hier liegt einer tot. Hier liegt ne Falle. Wollt ihr da jetzt reingehen? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab äh... Ich hab Levering mit Windyfeld. Ja, ich hab Fenning, aber... Aber wir brauchen primär... Der runter? Der Sniper. Hab einen. Pass auf, da ist ne Beerenfalle. Mhm. Okay, einer ist tot. Fagun! Wollt aufpassen, der holt ihn! Hab einen! Lauf durch! Aber Treppe! Nein! Haben wir. Alles gut. Äh... Warum? Ich hab doch genau auf den... Hunde gehen ab! Weiß nicht, ob er wegen uns war jetzt. Ich seh keinen. Okay. Ich hab doch mit dem Silbel draufgehauen. Ich weiß nicht, womit hat er dich denn gekillt? Ja, irgendeine Landwaffe was ändert. Oh, die können wir spazern. Junge Hüpfer. Haua! Hier ist auch noch ne Stachel dort. Haua! Ja, ich hab nach Looten. Ihr könnt die ruhig looten. Komm erst mal kurz hoch und loot die mal eben kurz. Da unten hab ich gelooten. Kann ich nicht looten. Kannst du nicht looten? Den kann ich nicht looten. Warte, ich mach mal kurz das weg. Ach Leute, ich hab... Ey... Okay, hab ich den schon glooten? Oh. 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 Oder ich hab eigentlich... Du dachte, ich hätt nur da Dings mitgelebt. Und hier hast du hier schon... Ja, ich hab alle gelootet. Ich hab die beiden schon glootet. Nee, ich hab alle gelootet. Hast du die hier schon glootet eigentlich? Nee. Also ihr könnt die ja looten. Nee, die lag da schon vorher tot rum. Wo? Ich sag ja noch, vielleicht kannst du die noch looten. Ach so. Ich hab hier alle... Ich kann die auch nicht mehr looten. Ich kann die auch nicht mehr looten hier. Ich hab alle gelootet hier. Ja. Ja, die lag da vorher schon. Da war ne Falle. Aber haben die nicht grad noch einen erschossen? Ja. Den da. Ach so, okay. Na, ich hab die noch gelootet. Ja, der kann mehr raus. Und liegt da keiner mehr rum? Lass mal einen, okay. Ja, keine Ahnung. Warten. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg und gehen. Ey, ich stand vor dir und hab zugeschlagen, ey. Ich hatte gerade so zum Glück eine Porto drin gehabt. Bei dem Penning. Sag mal. Oh. Autsch. Jo. Hä? Mach doch. Haben wir doch schön gemacht. Ey, hast du noch 22 Sekunden? 16. Ey, ich schaff das. Ich brenne. Au. Ah. Ja, wir sind halt ein Belken weggeboren. Was ist das? Ey, dein scheiß Licht, ey. Von wem? Von wem? Keine Ahnung. Ich bin von irgendwas verglüht. Aber so weißt du auch mal, wie es mir dann immer ergeht, wenn ich die Schuld bekomme. Wenn du mich anbrennst, abfackelst, explodieren lässt, mich mit der Schaufel verprügelt, dann? Nein. 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 Ah, wir haben drei. Ähm. Was denn? Ich brauche noch mal eine Einladung. Einladung. Okay. Haben wir denn, Last Match. Zwei. Gut. War jetzt nur die drei gewesen, aber trotzdem würde ich sagen, schon spannend gewesen. War schon spannend. Habt ihr damit gerechnet, dass da noch welche sind? Oder dachtet ihr, ne, sind vielleicht doch keine mehr? Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne wieder einschalten. Liken und Abo natürlich nicht vergessen. Und nächstes Mal so ein Showdown wieder einschalten. Tschüss. 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 Tschüss.